Ein Moment, wo ich nicht vergesse als Schätzrichter ist, als der Krankenwagen auf den Platz kam, weil ein Spieler fast seine Zungen verschluckt hat. Ui, das ist eine gute Frage, wer besser simuliert. Ich denke, beide machen es ab und zu, so wie es jeder Fussballer macht. Und es gehört ein bisschen dazu. Es ist zwar nicht schön als Schätzrichter und für einen Gegner, aber es gehört ein bisschen dazu. Als Schätzrichter je nach Liga, sei es Challenge League, Super League, hat man zwischen 1'000 und 1'500 Franken bekommen, musste man aber auch im Beruf reduzieren. Also es klingt nach sehr viel, aber mit all dem Aufwand, den man hat für Training, vor oder nach dem Match, mit der Regeneration usw., ist es eigentlich nicht so viel. Das ganze Stadion pfeift dich aus. Was geht dir durch den Kopf? Ja, wenn sie auspfeifen und du weisst, es ist berechtigt, dann tut es dir leid. Und inzwischen ist es manchmal so ein bisschen eine Motivation, um noch mehr Gas zu geben und noch bessere Entscheidungen zu wollen. Welche Karte magst du lieber? Rot oder Gelb? Ähm, es ist beides nicht schön zu geben. Ich sage mal, eine geile Karte ist weniger schlimm für einen Spieler und für die Mannschaft. Eine rote heisst halt wirklich Ausschluss. Aber das Ziel des Schätzrichters ist nicht unbedingt, eine Karte zu geben, sondern möglichst ohne Karte durchzukommen. Erzähl mir von deinem schlimmsten Erlebnis. Ein Moment, den ich nicht vergesse als Schätzrichter, ist, als der krank war, hat immer auf den Platz gekommen, weil ein Spieler fast seine Zungen verschlückt hat und zum Glück hat er seine Mitspieler retten können. Und er ist dann im Spital. Zum Glück ist alles gut rausgekommen. Erzähl mir von deinem schönsten Erlebnis. Das schönste Erlebnis war sicher die Reaktion auf mein Coming Out, wie alle Spieler, das Umfeld, die Mannschaften reagiert haben, die Fans. Wenn man mal eine Regenbogenfahne sieht im Stadion, das ist sicher etwas ganz Schönes, das einen selber berührt. Und trotzdem muss man den Fokus gerade wieder aufs Spiel setzen.